Ja, hallo liebe Freunde und Gipfernacht, ich habe euch mal wieder die Game-Updates zum Wochenende mitgebracht und wir fangen mal wieder an mit Quickie, a Love Story Hotel von Opai Games. Ja, das hat ein neues Update bekommen, ist jetzt aktuell in der 0.36 Version für Windows, Mac, Linux und Android erhältlich. Könnt ihr euch holen auf Patreon oder, ja, auf Patreon aktuell nur. Die anderen Seiten, es gibt noch einige Seiten, wo man die holen kann, zum Beispiel Gumroad oder Newgrounds, aber ich gebe einfach mal hier die Patreon-Seite allerdings erstmal raus. Wir lesen die Change-Logs durch. Mai hat jetzt Hard 4 und Hard 5 Events drin, das heißt also, dass 2 New Mai Hangouts mit da drin sind und New Mai Hotel Invite sind mit drin. Dann, wie gesagt, das ist das Story-Update aktuell, gerade dass Mai aktuell mit drin ist. Jetzt, äh, General ist noch, äh, Even Dress Outfit für Mai, also komplett erstmal auf Mai raufgegangen. Das ganze Update also um Mai und, ähm, ihr könnt euch das auf Patreon, könnt ihr euch Quickie, a Love Story Hotel für, mh, 5 Fünfer, könnt ihr euch das einstecken aktuell bei, äh, Opai Games 5 Fünfer auf, äh, deren Patreon-Seite. So, nächster auf meiner Seite, lange nichts mehr gehört, aber der, auf einmal kommt der auch mal wieder. Ähm, ich hab echt schon ewig nichts mehr von Naughty Pirates gehört und von Roger, aber der kam jetzt endlich mal mit einem Update nach langer, langer Zeit her, raus und ist aktuell auch gerade in der 0.18-Version. Ähm, könnt ihr euch holen auf Patreon oder auf H.I.O. für, äh, System, äh, Windows, Linux, Mac und Android. Geht, wir lesen jetzt mal die Changelogs vor, äh, Edit, äh, Yamato Underwear Scene and Outfit, äh, Edit, äh, Stussy Underwear Scene and Outfit, Edit, Lilith Underwear Scene and Outfit, Edit, Yamato, äh, Breast Scene, Edit, äh, Stussy Breast Scene, äh, Lil Breast Scene und was haben wir noch? Edit Cheats, äh, To The Newer Character, okay. Äh, Edit UI To The New Character und Small Change To The UI und Fix Cheat Type-Ons. Da sind also alles mit drinne. Ja, auf Patreon könnt ihr euch das Spiel übrigens für, ähm, 2,50 holen? Ja, ich zeig mal aus, ja, 2,50 ist normal, Early Access Zugang, früherer Zugang werden dann mit 5 da mit drinne, oder ihr holt es euch gleich auf H.I.O., auf H.I.O. kostet das Spiel aktuell, könnt ihr euch dort nur die Dingses runterladen. Also kaufen könnt ihr es euch nicht, ihr könntet dort aktuell nur auf H.I.O. die 018 aktuell runterladen, ähm, dabei läuft sich das ganze Update doch wieder auf die Patreon-Seite rüber, aber gut zu wissen, muss man ja auch mal nachgucken. So, ähm, Domination von Hardcore, auch ein weiteres Update bekommen, steht aktuell in der 0.2.4 Version, äh, verfügbar auf, äh, Patreon nur. Äh, für Windows, Linux, Mac und Android in Sprachen Englisch und wir gucken mal nach, wen, wer heute dran glauben muss. Äh, äh, New Hunt and Stich Slave Character, Elektra ist also jetzt drinne, ach du Meidehüte. Elektra hat es also geschafft, in den, ähm, ja, Doktor Doom-Kreis reinzukommen, ähm, ja, Normal and Nude, dann, ähm, Age Strip Scene, ähm, Age Anal und Age Photo, was haben wir noch? Correct, some type-on errors und bug fixes sind gemacht worden. Also, Elektra darf sich jetzt auch in die Gesellschaft von Hardcore-Hands, äh, Domination bringen. Holen könnt ihr jetzt das Spiel schon mal vorweg gleich für 5 Dollar tier, ähm, könnte die, ja, genau, Last Game, äh, before the Public Version. Ähm, und aktuell ist die 05. Ich lese mal eben ganz kurz nach, was aktuell denn jetzt die Public Version ist, falls ihr das Spiel erstmal so spielen wollt. Äh, Public Version ist aktuell, äh, Regular Public Version. Ich guck mal rauf. Welches haben wir denn da für die Public? Ähm, kann ich jetzt nicht nachlesen, was jetzt aktuell die Public Version hier ist. Äh, 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 b-b-b-b-b, oh Gott, das Gesell, manchmal, manchmal, also er postet sehr viel Hardcore, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ich schau mal hier rein, hier sind Cheats nur drin, ähm, wir gucken mal über, äh, genau. Ihr müsst dann auf überklicken und dann könnt ihr euch dort, die Public Version ist aktuell in der 0.2.5. Ähm, ja. Und die Version ist 0.2.4 und die Public Version ist, ah ne, Entschuldigung, Patreon Build ist 0.2.4. Und die Public Version ist 0.2.2. Also könnt ihr euch dann die 0.2.2 als euer eigen nehmen. Also die ist kostenlos. Die könnt ihr euch holen, könnt ihr erst mal anspielen, falls ihr mit dem Spiel noch nichts anfangen könnt. So, der nächste auf der Liste ist FLX. Das ist ja das Projekt von den Leuten von Studio Disponia, die ja auch Takeover gemacht haben. Hier gehen die mal einen komplett anderen Weg, was ich auch gar nicht mal so schlecht finde. Wie gesagt, der eine mag es, der andere nicht. Aktuell in der Version 0.9, also hat auch gut zugelegt. Könnt ihr euch hören auf Patreon oder auf itch.io für die Systeme Windows, Linux, Mac und Android. In den Sprachen Englisch. Und wir gucken mal hier in die Changelogs rein. Da gibt es jetzt aktuell Advising Lenuas Personal and Public Story up to Level 3. Okay, Lenuas New Corruption Scenes. 8 New Personal Scenes. 2 at the HQ and 2 at the Gym. 4 New Public Scenes, all of them at the HQ. New CG for Age. New Version of her casual outfit, Corruption 3. Und Lenuas Priorität is now higher illusions. Okay. Update Journal Hits to more, ja, für mehr Sachen halt. Also wie gesagt, Lenuas hat jetzt gerade aktuell das Update bekommen. Auf Patreon könnt ihr euch das Spiel übrigens. Ja gut, muss ich jetzt gucken, weil es sind beide Spiele drin. Also ihr könnt beide Spiele schon für einen Fünfer bekommen. Da würdet ihr Early Access Zugang bekommen. Und ich glaube, wenn Dollar helping us survive the game, will we always be free. So, aha, okay. Also klar, ihr kriegt einen Early Access Zugang früher, aber ihr bekommt auch Free Versionen von Studio Disponia. Ist halt nur ein kleines Gimmick. Für 5 Dollar sind dann eben halt die früheren Versionen, bevor es dann irgendwann auch free wird. So, ich gucke mal auf Itch. Was kostet es da aktuell? Da kriegt ihr die 0.9 Version free für Mac und Windows heruntergeladen. So, denke ich mal, dürfte ja jedem klar sein. Also jedenfalls stand da noch Mac und Windows drauf. So, kommen wir zum nächsten Kandidaten auf der Liste und zwar die Legacy. Der war schon auch etwas länger nicht mehr so am Start, aber ist jetzt wieder mit drin. Ne, doch, die Legacy hat doch letztens wieder ein Update gemacht von Lustreon. Ist aktuell in der 0.7.0.2. Könnt ihr auf Patreon auf alle Fälle euch holen. Kostet aber etwas. So, für Windows, Linux, Mac und Android. Ich gucke mal in die Changelogs rein. Was hat er denn neu? Fix an issue with the old save files Version 0.3 and earlier. Also, der wurde wohl gefixt. Added the option to change name and birthday. One time at use. Also, du kannst jetzt Namen und Geburtsdatum einmal, äh, changen. Added a hover text to show the button names on the phone buttons. Okay. Added a confirmation noticed every time the player needs to open a 3D play application. Okay. Dann haben wir das also auch drin. Ist nicht so viel Neues gerade aktuell drin. Und ich schaue mal nach, was soll das Ding? Also, ich sage jetzt mal auf Subscribe-Stars könnt ihr für einen 3-Dollar-Zugang euch das Game schon sichern. Ähm. Ist sogar mit 3 Dollar schon, äh. Er kriegt ja 7 Tage früher die Patreon-Release-Version schon fertig. Mit 6 Dollar bekommt er sie schon 5 Tage früher. Also, ist fair eigentlich. Kann man sich nicht beschweren. 3 Dollar ist noch okay. Ähm. Subscribe-Stars wäre auch noch mit drin. Da bietet er sein Game aktuell auch an. Wird dann aber in derselben Schiene so laufen. Kostenlos auf alle Fälle für alle ist auf alle Fälle Housecore. Ähm. Das könnt ihr euch, äh, kostenlos runterladen von Siren Domain. Der macht ja seine Spiele immer ein bisschen kostenloser. Ähm. Ist aktuell in der, ah, ich weiß auch nicht, ob die Beta drin ist. Beta 019 aktuell die Version für Windows und Android in den Sprachen Englisch. Die machen ja auch sehr, sehr viel. Siren Domain macht wirklich sehr, sehr viel. So, wir haben ein New Outfit, äh, Linda, äh, Valencia heißt das Ding. New Age Scenes, Linda, Valencia Age Scene. Äh, was haben wir denn? In Celebration of Linda winning previously MILF Showdown Competition. Ähm. Äh, Special Event is now available in Housecourse. Äh, ha, ha, ha. Da, 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 da. Ja gut, okay. Wohne ich nicht vorlesen. Findet selber raus. Aber das gibt ein kleines Special Event aktuell, äh, weil Linda ja die, äh, MILF Showdown Competition gewonnen hat. Also hat sich der Dev, äh, nicht die Dev gedacht, ihr dafür ein kleines Extra zu geben. Wir gucken mal auf Patreon aktuell, gerade die Seite, das, äh, Sirens Paradise heißt die Seite. Ihr könnt da so viele Games in Dollar, seid doch schon mit drinne. Na, also könnt auch Discord gleich mit rein. Äh, 5 Dollar sind dann, ähm, 3 bis 4 Tage bevor Release Version würdet ihr dann die Version früher kriegen. Und auf Itch.io sind wir gerade bei Housecore, auch in der 0.19 Version. Also die könnt ihr euch auch so frei jetzt schon auf Itch runterladen. Ähm, einfach raufklicken auf Itch.io. Im Discord sind die Links drinne und euch runterladen und viel Spaß beim Spiel. Okay, nächster auf meiner Liste. Ich freue mich, dass da auch wieder ein Update kam. Wie gesagt, ich habe ja immer schon gesagt, ich finde Lucky Paradox, ähm, von Straw ja sehr gut. Ich mag das Game. Ich habe es einfach mal angespielt. Guckt es euch an, falls ihr es noch nicht kennen solltet. Das Ding ist aktuell in der 0.9.3.f Public. Könnt ihr euch also frei runterladen für Windows, Linux, Mac und Android in den Sprachen Englisch und Spanisch auf Patreon und auf Itch.io. Äh, erstmal erhältlich, auch auf SubscribeStars. So, ähm, was haben wir denn? Äh, 140 bis 180 Minuten auf New Content ist erstmal drin. Ähm, New Maxi Age Events, äh, for the added in the Gallery. Das ist schon mal schön. Oh, es gibt ein Tresome. Oho, na, da verrate ich aber nicht mit wem. Ähm, Tree New Galina Cov8. Oh, Galina hat auch ein neues, äh, drei neue Events bekommen. Sind jetzt aktuell in der Dingses drin, in der Gallery mit drin. Äh, äh, oh, New Maxi Huge Story Content, Main Story. Wow. Ähm, ja, ist klar, dass Galina natürlich auch einen neuen Story Content, natürlich mit, äh, bekommt. Ist aber Side Story mit drin. Äh, New Tomo Event Added. Wow, der hat ganz schön was nachgemacht. Äh, Galinas Birthday. Ja gut, hier für Galina natürlich auch mit dazu. Das Birthday ist natürlich, die Info ist natürlich mit drin. Ähm, New Profile for, ähm, for her Gallery. Ähm, New Interaction mit Galina. Ist natürlich klar. Also Galina hat ganz schön reingepfeffert. Ist ein neues Girl, Galina? Muss ich mal gucken. Ich hatte ja gedacht, Galina ist die, die auf dem Bauernhof da gerade abhängt. Aber das scheint hier nicht zu sein. Scheint ein neues Girl zu sein. Ähm, ähm, müssen wir mal rein. Muss ich mal auch mal wieder reinsehen, wa? Hm. Wie gesagt, Public. Könnt ihr euch kostenlos unterladen auf der Patreon-Seite, wenn ihr den, wenn der Story unterstützen wollt. Der hat immerhin schon 1.400, äh, äh, Mitglieder. Glückwunsch dazu. Hat er sich auch wärmstens verdient. Ähm, ja. Ja, das eine ist ausverkaufte 1-Dollar-Tier. Den könnt ihr leider nicht mehr nutzen. Ihr müsst jetzt schon den 3-Dollar-Tier benutzen. Ist aber auch noch mit drin. Gibt halt, äh, exklusiv News on Patreon. Find Roll in Lucky's Paradox. Bekommt aber Access to the Last Final Updates one week later, ne? Äh, und den 5-Dollar-Tier, der ist auch noch miterhalten. Und ihr bekommt das Game of Itch.io. Ich glaube, das müsste da schon sein. Genau. Da haben wir es doch. So, Ali Access, äh, and inclusive content only for 5-Dollar-Patreons. Also, da müsst ihr 5er zahlen. Ansonsten habt ihr aber, wie gesagt, gerade ihr könnt euch auch jetzt gerade die, was ist, wir sind doch da richtig, ne? Ja, ihr könnt jetzt aber auch kostenlos die 9.3 euch runterladen. Also, ihr braucht da ja nichts erstmal bezahlen. Könnt ihr euch für, äh, Windows, könnt ihr euch für Android hier kostenlos auf Itch.io herunterladen. Also, ihr braucht aktuell nichts bezahlen. So, der nächste auf meiner Liste ist, äh, Lost Cuphead. Ähm, da haben wir ja auch mal viel von erzählt. Oder habe ich ja auch mal was zugemacht von Dinotone. Ähm, Lost Cuphead ist jetzt aktuell in der Version 0.8.5. Ist eigentlich ein ganz interessantes Spiel. Ähm, ja, sehr rudimentär gehalten, aber trotzdem gar nicht mal so übel, muss ich sagen. Also, es ist unterhaltend, sagen wir mal so. Könnt ihr euch hören auf Patreon oder auf Itch.io oder vielleicht auch bald auf Steam. Ich weiß noch nicht, ob es da aktuell ist. In der Version 0.8.5 für Windows, Linux, Mac und Android. Ähm, ja. Waifu Wars Winner Marine ist drinne und, äh, Yubi Wars Winner Wo ist drinne. Ne, Won. Won. Okay. Marine und Won. Also, wieder zwei neue Charakter hier mit zugekommen. Ähm, auf Patreon könnt ihr euch das Game gerne für, boah, der 3.103 Mitglieder. Also, da sieht man auch schon mal, läuft bei ihnen, ne? Ne Ara Ara gibt's schon mal für 5 Dollar mit drinne. Die Zündere könnt ihr euch dann für 10, also mit 5 müsst ihr wohl rein starten. Ja, mit 5 Dollar müsst ihr rein starten, damit ihr halt einen früheren Zugang auch damit bekommt. Plus gleichzeitig bekommt ihr zwei Votes für den, äh, fürs Content. Für den New Contents bekommt ihr dann zwei Votes mit dazu. Auf Itch.io könnt ihr euch das Game auch gerne holen. Kostet 8 Dollar. 8 Dollar ist Roadmap sogar mit ausgeschrieben. Also, ihr könnt euch sogar eine Roadmap da angucken. Und für 8 Dollar könnt ihr euch Last Capitza auch holen. Ist eigentlich ein fairer Preis, finde ich, meiner Meinung nach. Ist nicht teuer, 8 Dollar. Ich glaube, ich habe ein bisschen weniger gezahlt. Aber trotzdem, fairer Preis kann man sich nicht beschweren. So, dann haben wir jetzt nochmal ein neues Update zu Home Together. Die Jungs sind jetzt aktuell in der Version, äh, 025.1 angekommen. Ähm, für Windows in den Sprachen Englisch. Und ich gucke mal nach. Also, auf alle Fälle dreht sich das gerade jetzt in Beach weiter. Also, die nehmen weiterhin, ähm, ihre neue Map ein bisschen auf, äh, äh, besser gesagt, erweitern ihre neue Map, die ist Beach. Das habe ich euch ja in der 024 vorgestellt. Und zwar gibt es dort, äh, World Scenario Shooting Girl. New Animation, Face Grinding, Cowgirl, äh, Improvement Ocean. Äh, you can jump in the beach level. Okay. And real time, ja, twisted bones for better looking, hand rotation for custom poses. Ähm, sie haben nochmal ein paar Fixes reingehauen. Ähm, äh, sometimes scenario character came invisible. Okay, das ist mir noch nicht passiert. Äh, girls falling, falling, you, äh, was not at the beach. Okay. Äh, play as a girl, you talked to did not working at the beach. Okay. Das hat auch nicht geklappt. Joa. Wie gesagt, und sonst ein Improvement Beach Level Performance. Haben sie nochmal hochgeballert. So, also wie gesagt, ähm, könnt ihr euch holen auf, äh, Patreon und auf itch.io. Könnt ihr euch auch Home Together als eigenen nennen. Ich gucke mal rauf, was sie aktuell dafür wollen. Ähm, ähm, die 014 Version könnt ihr euch kostenlos herunterladen für, ähm, Home Together. Also dafür braucht ihr aktuell nichts bezahlen. Die 014 könnt ihr als euer eigenen nennen, wenn ihr das Spiel gerne mal anspielen wollt. Und ein Post. Ja, ähm, ähm, ist immer so ein bisschen, die Mitgliedschaften sind immer so ein bisschen was anderes. Ähm, es gibt ein 5-Dollar-Tier, es gibt ein 7-Dollar-Tier, ähm, also die Beta-Tester, die wirklich die Version um einiges früher haben möchten, müssten schon die 7-Dollar-Tier nehmen. Ähm, beim 5-Dollar-Tier muss man eben halt gucken. Ähm, da bekommt man dann auch den Zugang, aber ein paar Tage eben halt später. Also die Beta-Tester, also ganz am oben sind natürlich die ganzen, äh, super Leute erstmal dran, ne, die richtig Kohle reinjagen. Aber das ist gut, das beliebt das Geschäft. Aktuell, wie gesagt, von, ähm, Patreon können einige Leute auch gut leben. Und interessant finde ich, einer hat's auch gleich nachher gemacht, aber erklär ich aber gleich zu, zu denen kommen wir noch. Fand ich sehr, sehr interessant, war ich sehr überrascht. Erstmal zu ECK Awakening von Jackie Boy. Ich hab euch gesagt, der Junge wird viel vorkommen in den Game-Updates und er kommt viel vor in den Game-Updates, denn er ist jetzt auch mit der 1.19-Version dabei. Ich hab gesagt, Jackie Boy liefert ab. Also bei denen könnt ihr euch echt sicher sein, wenn ihr da das Game investiert und ihr mögt das Game. Content liefert der am Stücke. So, ähm, holen könnt ihr euch da spielen in 1.19-Version auf H.I.O. auf Patreon oder wenn es für euch verfügbar ist, auch auf Steam. Äh, für Windows, Mac und Android. Äh, wir haben von den Change-Logs, das sind, oh, jetzt, äh, added three new maps in Castle. Um, intruder map, äh, Justice Room und King's Room. Äh, added a door in Justice Room with animation door knob retaining to make open, äh, to make door open to different locations. Okay, das ist interessant. Äh, added a new outfit for Mio. Äh, added X-Ray for Girls in Dungeon. Added, äh, possible, ja. Äh, 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 S-X-Ray for Hina in Dungeon. Okay, added correct face for, äh, okay. Äh, also als Human und als Demon-Form for Hakura. Also, der Dungeon macht wohl ordentlich gerade Spaß, würde ich sagen. Da gibt's nämlich auch ein paar Sachen, die im Cave auch abgeben. Eine neue, ähm, Blow-Scene gibt's auch für Haruka. Das ist ein Cave gerade aktuell. Äh, Haruka kriegt ein, zwei, drei neue Scenes auf alle Fälle in der Human-Form. Warf man nicht vergessen, muss man ja auch noch mit erwähnen. Vier neue Scenes sogar in der Human-Form. Und, äh, im Dungeon so gesehen bekommt sie als Human und als Demon, ähm, die Sache mit dazu. Äh, so, wollen wir mal gucken auf H.I.O. Kostas Spiel aktuell, weil da werden sich wahrscheinlich viele, ähm, ECK Awakening gerade aktuell holen. Ähm, ich schau mal. Äh, also die 0.19-Version könnt ihr euch so runterladen. Äh, ja, die könnt ihr euch einfach frei runterladen. Einfach auf Download-Button klicken auf, äh, H.I.O. Kostet das Game aktuell nix. Und wenn ihr ihn unterstützen wollt auf Patreon oder auf Subscribestars, im Miner hat er auch schon 1.110 Mitglieder, der haut auch ganz schön durch. Für 2 Dollar geht das ganz, 2.50 geht das ganze Ding los. Und mit 5 bekommt ihr einen früheren Zugang, äh, ein bis, äh, wie, which are always one, strich two updates ahead of the public version. Also, na, ihr bekommt immer ein bis zwei frühere Versionen als die Public-Version aktuell. Ähm, ab 10 Dollar sind das so always, äh, two or three updates ahead from the public version. Ich meine, ich denke mal, er sagt Weeks bestimmt. Das wird bestimmt Weeks sein, ne, also Wochen früher. Und wie gesagt, auf Steam muss man gucken. Das ist nicht für jeden da erhältlich. Also von daher immer so eine Sache vorweg. Die einen könntest du auf Steam holen, die anderen nicht. Aber ihr habt die Möglichkeit weiterhin über H.I.O. euch das Game auch zu holen. Deswegen schreibe ich auch sehr viel H.I.O. auch mit rein, weil dort habt eigentlich jeder die Möglichkeit, sich das Game, die Games einfach zu holen, ne. So, Highschool Days. Uh, Update zu Highschool Days. Das 0, ähm, Version 0.1.8.0 von El Chicolo ist draußen. Also von El Chicolo gibt es jetzt aktuell die Version 0.1.8.0. Meine Güte, ich erinnere mich noch, Highschool Days, ey, kein Witz jetzt. Als ich Highschool Days das erste Mal gesehen habe und gespielt habe, war es noch sehr frisch. Es war nicht viel Content drin, aber es war schon mal da. Und da war ewig lange Stillzeit bei Highschool Days. Ich habe schon gedacht, das Ding ist abgeschafft worden, wird nicht mehr weiterentwickelt oder sonst was alles. Habe auf die Webseite geguckt, habe auf die Patreon-Seite geguckt, auf Itch geguckt. Ne, auf Itch war das noch nicht mal, auf die Patreon-Seite geguckt. Nichts kam, gar nichts. Und dann auf einmal irgendwann jetzt, äh, war das Ende 23 oder so. Oder Mitte 23 liegt der da auf einmal wieder los. Und seitdem her kommen wirklich regelmäßig Updates zu sein Game. Könnt ihr euch holen für Windows, Linux, Mac und Android in den Sprachen Englisch und Spanisch. Wir gucken mal in die Changelogs aktuell rein. New in the Version 18V, ist das jetzt richtig? Ja, es soll V sein. Äh, aktuell, äh, gibt neues Event. Äh, woman, money and, äh, sex, äh, event expand, expandend, äh, leveling the playing field. Okay. Äh, two new, äh, cameras, braid, braid, braid and Nicole. Äh, add it two new clothes for Sophia, add it two new clothes for Latisha, ähm, two new age scenes sind auch mit drinne. Und add it twelve new images plus nine Videos neu mit dazu. Also ihr seht schon, da kommt ordentlich wieder was dazu. Auf Patreon könnt ihr übrigens das Game aktuell für, äh, für einen Dollar. Ja, für einen Dollar bekommt ihr schon die Uncensored-Version, sehr schön. Äh, für fünf Dollar bekommt ihr Private Download-Server mit angeboten. Schön kenne ich aus, äh, Dings das auch, aus, äh, aus, aus, äh, Summertime-Saga auch. Also Private, äh, Server, wo man sich dann eben halt alles runterladen kann. Und auf H.I.O., na, muss ich mal gucken, bezahlte 3,50. Das ist wirklich jetzt ohne Witz kein Preis für 3,50 gerade aktuell für, äh, High School Days auf H.I.O. Äh, wie gesagt, für Windows, Mac OS, Linux, Android, 3,50. Das ist, äh, das ist, äh, ach, das ist zwar US-Dollar, aber ich, äh, wird in Deutschland ja wechselkursmäßig auch so ungefähr 3,50, so ungefähr liegen. Ist echt kein Preis. Kann man sich gerne mal eintüten und einstecken. Das Ding, das ist, äh, wirklich, äh, macht auch weiterfälle Spaß. Und hat jetzt auch seit Neuestem auch wirklich was dazu. So, ich muss jetzt mal wieder aufpassen, weil ich darf die Taste, die eine Taste nicht drücken. Sonst mache ich mein Aufnahmeprogramm gleich wieder aus. Denn 30 Years Old Version hat auch wieder ein weiteres Update bekommen. Ähm, ich hab ja da hier die 0.28 gerade gecheckt und jetzt sind wir schon in der 0.30, ähm, NG von Blackstar Games. Ähm, geht also weiter. Könnt ihr euch holen auf H.I.O. oder auf Patreon für Windows, Linux, Mac und Android in den Sprachen Englisch. Und wir gucken mal nach, was jetzt gerade wo aktuell weitergeht. Äh, ah, okay, okay, okay. Passt auf. Also, ähm, die 0.30 ist just a Patreon-Release-Version. Äh, I wouldn't recommend to download, äh, Version 0.28 to play. Okay. Ich schau mal. Also, auf H.I.O., 13 Years Old Version, könnt ihr euch frei runterladen. Ich kann aber jetzt gerade aktuell nicht sehen, welche Versionsnummer das ist. Äh, kann ich aktuell nicht sehen. Also, es kann jetzt sein, dass die 0.28, denke ich mal, wird das irgendwie in die Richtung sein. Äh, wenn er das so rausschreibt, ist die 0.28 auf, äh, äh, H.I.O. kostenlos downloadbar. Und ich schaue jetzt mal nach, was er meinte mit der Patreon-Version. Ich schaue da mal rauf. Ähm, bei der Patreon-Version gibt es ein 2-Dollar, äh, Tier. Da bekommt ihr schon automatisch digital Downloads. Also, ihr bekommt das Ding schon sofort automatisch. Und bei 5 Dollar gibt es nochmal den Early Access-Zugang. Bis zu 10 Dollar gibt es auch Early Access. Also, äh, sogar 50 Dollar. 100 Dollar. Meine Güte, da liegt aber jemand los. Na, also, wie gesagt, guckt auf alle Fälle mal rein. 13 Years Old Version. Ich fand das Game wirklich gut. Ich fand es echt nicht schlecht. Guckt euch das Ganze mal an. So, und jetzt kommt eine Überraschung. Es ist wirklich so, es kommt wirklich eine Überraschung. Ähm, ihr kennt ja noch alle bestimmt, äh, oder wahrscheinlich eigentlich nicht, äh, Narholic. Äh, Narholic von, äh, Tiramisu. So, Tiramisu war erst am Anfang nur auf DLS-Sites oder auf, äh, Chinchen verfügbar. Ähm, und ist... Seit denen her auch schwer für euch zugänglich geworden. Ähm, das sind, ähm, das wurde halt inspiriert bei NTR Legends, das Game. Haben sie aber auch gesagt. Das Teil könnt ihr euch aktuell in der Version, äh, 4.2.2c holen für Windows. So. Da gibt's nämlich immer noch. Das Ding wird immer noch bearbeitet. Also es gibt weitere Endings mit dazu. Es ist eigentlich schon abgeschlossen. Aber der Dev macht immer noch weiter an seinen Dingen und, äh, baut da immer noch weiter immer dran rum. Hier zum Beispiel, ähm, aktuell gerade in der Version, ähm, Scenning Relution Change Bugs. Ähm, Bug in Night Market, äh, Night Market, äh, remove the, ähm, drei Fraberzeichen in the eShopping, äh, fix ending three missing bug and a few other bugs gone clear too. Also er bugfix gerade nochmal ordentlich. Jetzt kommt's aber, der Junge ist auf Patreon jetzt aktiv. Es ist der erste, oder den ich jetzt mitkriege so, der erste, der jetzt offiziell sich auch auf Patreon, ähm, verballert hat. Ihr könnt für ein 4 Dollar Tier einsteigen und euch das Game holen. Ihr braucht ja auch nur, wenn ihr wollt, einmalig 4 Dollar zahlen, dann habt ihr das Game ja schon. Äh, für 7,50, äh, Discord, also ihr kriegt für, ähm, die 4 Dollar. Und, äh, Discord Group and Followers Update, äh, of the Progress Fun Fact of Us. Ähm, Discord Group and Followers Update of the Progress Fun Fact of Us. Und, äh, a big hug from, äh, Chili, Chili Go, also von der Dame hier. Und 19 Dollar sind auch noch mit drin. Äh, warum habt ihr da was? Ihr seid witzig. Also, Discord-Follower, Discord-Follower, da haben sie den Discord auch selber schon rausgeprallert, da in der 19 Dollar Tier. Da ist sogar ein Link auf ihren Discord. Also, ihr könnt auch schon so reinvollen. Ich würde mal sagen, für 4 Dollar ist das Game euers, würde ich sagen. Das ist ein fairer Preis, meine Güte. Das ist echt ein gutes Game. Und die Jungs sind sogar auf Kickstarter nochmal raufgegangen. Fand ich sehr interessant, den Weg auch noch zu wählen auf Kickstarter. Äh, was versuchen sie denn gerade zu erreichen? Äh, was haben die denn da gerade? Kickstarter ist auch nicht so mein ganzes Ding. Da kenne ich mich auch nicht so mit raus. Sind das jetzt finanziert von, haben die ja 7.000, 27.373 AU-Dollar? Was ist das jetzt? Äh, okay, Melbourne. Australisch-Dollar sind das also. So, aha, aha. Also auf alle Fälle sind sie mit den, ähm, auf Kickstarter auch noch mit drauf. Auf, so seit 2021 eigentlich schon. Habe ich aber nie gesehen, dass sie auf Kickstarter auch noch mit drauf sind. Naja, immerhin, aber ihr könnt sie auch auf Patreon euch holen. So, das sind die Ersten, die es immerhin mal geschafft haben, sich auch mal auf Patreon durchzusetzen, ne? Schlaue Sache, eigentlich mal. Gut, ja, mal langsam ist die Zeit, dass die meisten mal eigentlich mal auf Patreon für sich entdecken. Ich meine, immerhin gibt es die Seite, ja. So, Midnight Sin von Farine. Oh, Farine, Farine. Ich muss nicht unbedingt mal spielen hier in Midnight Sin. Ähm, weiteres neues Update auch bekommen, und zwar die 0.4.2 von Farine ist draußen. Äh, könnt ihr euch hören auf Patreon. Ähm, ich hatte mal, äh, Nutaku rausgegeben. Äh, Probleme allerdings bei Nutaku war das, dass, äh, das Bezahlprinzip da ein bisschen weird ist. Deswegen habe ich das wieder rausgenommen. Für einige Leute, für die es auch erhältlich sein sollte, könnt ihr mal gucken. Äh, Midnight Sin könnt ihr auch von Farine. Vielleicht kriegt ihr ja so ein Bundle von Farine, wenn ihr Glück habt. Ähm, aber ich glaube eher nicht, weil, äh, Ähm, das Game gibt es auch für Steam. Könnt ihr euch auch auf Steam holen. Da gibt es auch eine ganze, also Man of the House und Mystic Wood Manor gibt es auch auf Steam. Aber leider mal wieder nicht für Deutschland. So. Nur für Windows, in den Sprachen Englisch. Change Logs raus. So. 4.4.2 sind, äh, Story Content auf alle Fälle neu drinne. Added a Spa Date for Olivia. Added a new, äh, Rework Event for Annabelle. Added a new Boxing Lesson for Veronica. Added a new Core for Veronica. Um, added, uh, Sergei is as an unlockable opponent at the Fight Club. Um, added a achievement for beating Sergei. Mm-hmm. Added an achievement for playing back Russia. Added a scream false when the MC has, okay. Added a default background music, uh, to the main menu. Added a short, uh, intro dialogue, uh, for the basement gym and background, backyard pool. To explain you, uh, can improvement your stats there. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Added a script, ähm, that checks and, äh, correctly all the girls stats, äh, on loading, äh, safe. Sehr schön. Also, wie gesagt, es ist eigentlich jetzt eher mehr, ähm, Story Events for Olivia mit reingehen, Annabelle und Veronica. Ähm, Veronica sogar zwei neue Sachen und Sergei könnt ihr jetzt im Fight Club, ähm, gegen Sergei könnt ihr jetzt im Fight Club antreten. Ich hab, äh, Midnight Sin selber noch nicht so lange gespielt. Ich kann's euch also auch nicht sagen, was gerade aktuell bei Midnight Sin los ist. Auf alle Fälle für Reen, äh, 1203 Mitglieder, definitiv, das hat der Boy echt verdient. Ähm, ja, ihr bekommt schon mal mit einem Dollar auf alle Fälle Zugang. Aber, um fünf Dollar bekommt ihr, äh, tut es Standard Version auf Midnight Sin, äh, four weeks after the release. Und für den Zehner gibt's auch nochmal standardmäßig, äh, was weiter. Schade, dass er, ich muss mal ihm, ne, schade. Warte mal, warte mal, lass mich nochmal was lesen. Äh, Access to Premium Version, Included Random Animation, sorry, blablabla, was haben wir hier? Äh, 40 Dollar wäre, Included Random Animation, äh, added a final release of Mystic Wood Manor. Okay, also Farine bietet nicht es an. Äh, ich leser, ich guck mal auf das mal ganz kurz auch durch, weil ich mal gucke, einige, einige bieten es an, dass wenn du ab einem bestimmten Tier, sagen wir Premium oder, äh, Unlimited Tier, das wären 20 oder 40 Dollar. Also wenn du sagst, du bezahlst einmal 40 Dollar oder sowas alles, bekommst du dann eben halt alle Keys von den Games, also von Housecore und von Mystic Wood Manor mit dazu. Für Steam zum Beispiel. Aber, ähm, bei Midnight Sin aktuell ist das leider jetzt noch nicht der Fall. Also Farine, da ist, äh, müsst ihr dann eben halt, ich sag mal 5 Dollar, um überhaupt das Game erstmal spielen zu können. Wie gesagt, wenn es für euch auf Steam erhältlich ist, holt es euch auf Steam oder guckt mal. Vielleicht eventuell könnt es einen Keyshop geben, wo man das Game auch kaufen kann. Ich bin aber nicht ganz hundertprozentig sicher. So, beim nächsten auf alle Fälle, äh, es ist, also, es ist ein geiles Game, Corrupted Kingdoms von Ark Games. Wird immer noch sehr, ich finde immer noch, das Spiel ist einfach unterschätzt, weil einfach das, äh, Dings, das so lange geht. Dass, ähm, ähm, der Prolog sehr lange geht. Aber der ist wichtig. Der Prolog hat er extra so lange gemacht. Ich finde ihn super wichtig, weil er das Grund, äh, er baut eine Storyline von Startup auf in seinem Prolog. Und der, sonst würde man auch nie verstehen, warum die beiden Welten so komisch sind, was diese Parallelen damit zu tun haben und sonst was alles. Das würde man sonst nie verstehen, würde man diesen langen Prolog nicht spielen. Man würde vielleicht noch mitkriegen, warum Pixie gerade aktuell da ist, aber man würde den Rest nicht so zusammenreißen können. Und nicht verstehen, was es mit dieser Welt auf sich hat. Deswegen ist der Prolog schon sehr wichtig. Er geht nur sehr langziehend und man muss ihn erstmal durchspielen. Deswegen kriegen auch viele Leute erstmal den Falscheindruck von Corrupted Kingdoms und denken, das ist ein reines Visual Novel. Ist es aber nicht. Es ist nachher wirklich auch noch ein Free Roaming Game. Und sogar noch richtig gut nachher, wenn es in die Schlussphase geht. Aktuelle Version ist die 0.21.9 für Windows, Linux, Mac und Android. Könnt ihr euch holen auf, äh, Itch.io auf alle Fälle oder auf SubscribeStars. Ich schreibe hier Itch.io gleich raus. Wir gucken mal in die Changelogs rein, was da jetzt wieder mit drin sind. Und der Junge haut auch immer Update nach der Update. Also Emma hat 1, 2, 3, 4, äh, 2, 4 neue Updates gekriegt. Einmal, you can help Emma train her powers. You can now find Emma in the garden every weekday afternoon. Emma now has her own voice effect. Okay, das ist auch schön. Emma now has an Update character model. Oh, da ist sogar ein Update drin. Gwen hat auf alle Fälle auch, ähm, Room, also you can now enter Gwen's room in Act 3. Chloe, you can now enter Chloe's room at Act 3. Also ihr müsstet mal gucken, dass er in die Akte reinkommt, ne? Äh, Jessica ist auch, äh, in der Bathroom-Szene mit dazu gekommen. Alice hat now visible in the living room on Friday mornings. Time added a new function to jump, ähm, by day, rent, ah, rent haben, okay. Äh, then, minute, okay. Also neues, also dass man die Zeiten schneller überspringen kann. Music neu, äh, Bugs hat er gefixt, ganz schön viele auch wieder mit dabei. Aber sehr schön, also, ich sage immer noch, wer sich Zeit mitbringt, sollte sich gerne mal Corrupt the Kingdoms mal reinpfeifen und das ganze Game mal spielen. Ihr werdet Zeit brauchen, um das Game zu spielen. Ich kann es auch nur, ähm, empfehlen, meiner Meinung nach. So, ich schaue mal nach. Aktuell bekommt ihr die 0.21 9, free to download. 1,6 Gigabyte ist das Ganze groß. Also Corrupt the Kingdom frei zum Download verfügbar. Feuer frei auf H.I.O. für Corrupt the Kingdom. Muss ich einfach mal so sagen, ähm, ich finde das Spiel wirklich gut und ich denke mal, es ist ziemlich, äh, ja, es ist, es ist, es ist, viele, viele haben es vielleicht nicht so, oder viele vielleicht denken, es ist nicht so gut, wie es eigentlich aussieht. Bekommen bei Tracks the Driver dagegen von Neptune. Letzte Woche erst im Livestream gewesen. 0.49 ist jetzt aktuell draußen. Ähm, könnt ihr euch hören auf Subscribes da für Windows, Linux und Mac. Wir gucken die Changelogs nach, mal sehen, was da aktuell drin ist. Äh, vier neue Images in a second chance, äh, in, äh, AI Art Gallery for Supporters. Ah, okay. Äh, sneak into Dimension is now available every day. Ähm, ah, das ist dann, wie die Dimension anders macht. Genau. Äh, new hub, äh, when sneak into Dimension. Quest is completed to sneak into Dimension. Aha, several type-ons to different events corrected. Äh, was haben wir denn noch? Was ist wichtig? Ähm, new minigame The Hunt is on. Catch Veronica. 100 complete hub to repair events Veronica Mimi. Und 100 complete hub repair events for Candy Letty sneak into Dimension. Ah, okay, okay. Das heißt also, acht neue Events für Veronica, zwei neue Events mit Carlos, ähm, ein neues Event mit Caroline, ein neues Event mit Alexa, ähm, ein neues Event mit Henry und ein neues Event mit Mimi und ein neues Event mit Sandy. So, äh, sneak into Dimension könnt ihr euch dann auf das Game reinziehen. Nächster auf meiner Liste auch wieder einer, der in die Richtung geht, ja, kann was werden. Müssen wir mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Ich muss, irgendwann werde ich auch mal wieder mal reingucken, ähm, in the, äh, the Fabo Copperlips, ähm, fand ich ja gar nicht mal so schlecht, hat immer ein AI-Dings. Das ist aktuell in der 0.2.b Version von, äh, Fab Online Creation. Könnt ihr euch dort frei spielen für Windows, Linux und Mac. Ist natürlich klar. Wir gucken mal in die Changelogs nach eben schnell rein. Mal sehen, was da aktuell drinne sind. Wasteland Special Missing Passage. Forest Special Missing Passage. Okay, alles klar. Haben wir jetzt Wasteland und Forest sind jetzt weiterhin mit drinne. So, ihr könnt das ganze Ding auch auf H.I.O. als kostenlose Demo, äh, Demo spielen. Könnt ihr dann also auch los swipen. Oder ihr spielt es online. Habe ich euch den Link in der, äh, auf Discord verlinkt, wo ihr das ganze Ding auch online spielen könnt. Könnt ihr Frap, äh, Frapo Copperlips auch, äh, ja, online spielen. Wer sich das Game gerne mal geben möchte, immer rein. Und zuletzt habe ich mir noch mal einen Kandidaten aufgelassen. Alle Leute, die bis zum Schluss zugeschaut haben, dürften sich jetzt freuen. Harem Hotel hat ein neues Update gekriegt. Ruby hat das 0.18 Update endlich rausgefeuert. Es ist da. Ah, heute erschienen gerade frisch neu 0.18 Windows, Linux, Mac, Android in den Sprachen Englisch. Und wir gucken mal rein, was aktuell. The Garden ist jetzt aktuell. Äh, Farmable Garden. Cool, added a greenhouse in the garden. Added 3 plot tiers, äh, to the garden. Added 5 jobs, äh, 3 unlimited elfish corpse. Okay, added upgrade to the garden. Added Jinn has the gardener. Okay, added 2 events to the garden. Plus explore content. Ein neues Park Event ist mit drin. Added a Fooddriver Minigame. Und added a Map, äh, and Shop to the Park. Äh, Jinn bekommt 5 neue Events übrigens auch noch mit dazu. Ah, die Schwester von, die, ähm, doch, die Schwester von, äh, von Dingses ist das, glaube ich, ja. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, dann 11 neue Scenes Lynn Gallery, 9 Scenes Kylie, 10, 10, 10, 10, 10 neue Szenen für Ashley, 14 für Maria, 12 für Anderlead, ähm, dann für Felicitas und Emma gibt es 10 neue. Ja, Arntum kriegt auch noch mal 10 neue und, äh, 21 to another Gallery. Äh, äh, also Gallery Events, ne? Ich weiß nicht, ob das neue sind oder ob er das jetzt nachträglich nachgefixt hat, ne? So, dann habe ich eigentlich alles erzählt, was ich erzählen wollte und ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Ach ja, äh, Harem Hotel, ganz kurz, könnt ihr euch übrigens auf der Patreon-Seite von Ruby runterholen, äh, runterladen, unterholen von mir aus auch. Ähm, und zwar für einen Dollar bekommt ihr immerhin, äh, Follower-Rank und ich sag mal so, eine, man nimmt den 5-Dollar, ähm, Pumpte-Cheat-Codes und bekommt das ganze Ding eine Woche früher, bevor die Public-Version ist, denn das Spiel ist auch kostenlos und ihr könnt es auch daher kostenlos euch runterladen, wenn die Public-Version erschienen ist, könnt ihr aktuell, wie gesagt, jetzt noch ist, ja, die 18. Version könnt ihr kostenlos frei auf, äh, Dingses hier auf Patreon. Oder auf itch.io von Ruby runterladen. Auf diesen Wege wünsche ich mir euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.